Musik Unsere Tierpfleger sind auf die Idee gekommen, dass wir unseren Walrossen und Eisbären doch mal einen Berg Schnee und Eis spendieren können. Und dann hat sich die Eisbahn in Stellingen dankenswerterweise bereit erklärt, uns dieses Material zu sponsern. Das haben dann unsere Gärtner und die Tierpfleger mit viel Mühe hier alles reingeschaufelt. Wir machen ja immer täglich mit den Tieren eigentlich irgendwas, um sie zu beschäftigen, um sie ein bisschen Denkaufgaben und sowas zu geben oder neue Spielzeugreihen, also Behavioral Enrichment nennt man das oder Verhaltensbereicherung auf Deutsch. Das heißt, intelligente Säugetiere brauchen auch ein bisschen Abwechslung und deshalb wird in das Gehege immer mal was eingebracht, damit die sich damit beschäftigen können. Das kann irgendein Geruch sein, indem man beim Tiger jetzt ein paar Ködel vom Hirsch reinlegt oder so oder eben manchmal auch so große Aktionen wie das, was wir hier heute gemacht haben. Also was hier natürlich wichtig war, weil da so viel Schnee war, dass wir diese Teamarbeit machen konnten mit den Gärtnern und den Tierpflegern zusammen, hat alles super geklappt. Bei so großen Aktionen ist das halt gut, wenn man viele Leute hat, die zusammenarbeiten. Ja, und dann haben sich die Tiere drüber gefreut, wenn man es kurz zusammenfasst. Ja, und dann haben sich die Tiere drüber gefreut, wenn man es kurz zusammenfasst.